Genau eine Woche hat es gedauert, dann waren die 220 Karten allesamt verkauft. Das Weihnachtskonzert der Sparkasse Parchen-Lübbs ist dieses Jahr ein festliches Highlight in der Eldestadt. Schon bevor die Sparkasse 1996 ihre Hauptfiliale am Moltkeplatz bezog, gab es die sogenannten Brunnenkonzerte, mit denen für den Bau des Brunnens gesammelt wurde. Und heute begeistert das Elde Blasorchester in der Vorweihnachtszeit durch eine Mischung aus Traditionellem und Neuem. Hauptsache festlich und passend zur Jahreszeit. Weil es eine absolute Tradition in der Sparkasse Parchen-Lübbs ist, seit über 20 Jahren. Es ist natürlich mit Vorbereitungen verbunden, mit vielen Proben. Manchmal hat man das Gefühl, oh je, geht es alles gut, wenn es so weit ist. Aber es ist bisher noch jedes Jahr ein sehr, sehr großer Erfolg geworden. Und es ist wirklich so, dass die Vorfreude schon einige Wochen und Monate vorher ziemlich groß ist. Der Mix aus ungewöhnlichen Stücken wie diesem in Verbindung mit Süßer die Glocken oder eben Utannenbaum locken jedes Jahr zahlreiche Gäste zum Weihnachtskonzert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017